Sie werden lachen, es wird ernst. Ab Sonntag gilt auf den europäischen Flughäfen der neue Sommerflugplan. Also fasten your seatbelt, wir starten. Ja, herzlich willkommen und gute Nacht Österreich hier aus dem Cockpit. Hier spricht Ihr Kapitän. Wir sind mittlerweile auf 7000 Meter Höhe. Ich begrüße Sie auf unserem Flug LH 0815 auf dem Weg von irgendwo nach nirgendwo. Es ist nämlich vollkommen egal, was ich hier sage, weil es befindet sich ohnehin niemand an Bord. Ich sitze am Steuer eines sogenannten Leerfluges. Klingt sinnlos. Ist es auch, was es damit genau auf sich hat? Das erklärt Ihnen jetzt der erste Offizier des heutigen Abends, Peter Klien. Ja, danke. Wir beschäftigen uns jetzt also mit einem Thema, bei dem Sie so richtig in die Luft gehen werden. Denn ein Leerflug ist genau das, was unser Pilot gerade geschildert hat. Ein Flugzeug, das mit sehr wenigen oder manchmal sogar ganz ohne Passagiere abhebt. Und ein Leerflug ist keine Ausnahme. Haben Sie gewusst, dass alleine die Lufthansa heuer im Winter 18.000 Leerflüge gemacht hat? 18.000! Greenpeace hat das für alle Fluglinien hochgerechnet und kommt zu dem Ergebnis, dass es heuer im Winter rund 100.000 Flüge in Europa gegeben hat, in denen nicht mehr als ein paar Leute an Bord gewesen sind. Also bitte, atmen Sie einmal tief durch. Greifen Sie zu Ihrer Geldbörse. Holen Sie das Klimaticket heraus und sagen Sie dann einmal ganz, ganz ruhig. Hau Sie in der Tür! Das ist unverschämt, was Sie hier machen. Unverschämt! Ja, ich hoffe, es geht Ihnen schon besser. Dann können wir vom Emotionalen zum Sachlichen kommen. Die Fluglinien machen diese Leerflüge nur deswegen, weil sie ihre Slots behalten wollen. Also Slots, das sind die Zeitfenster für Ankünfte und Abflüge bei den größten und beliebtesten Flughäfen. Gerade stark frequentierte Flughäfen wie Düsseldorf oder London Heathrow sind dabei besonders umkämpft. Slots gibt es schon seit Jahrzehnten und dienen dazu, dass nicht jeder starten und landen kann, wann er möchte. Dank der Slots braucht der Pilot auf der Startbahn auch nicht allzu lange warten, bis er abheben kann und muss im Normalfall auch nicht ewig in der Luft schleifen drehen, bis er endlich eine freie Landebahn bekommt. In den USA gilt statt der Slots übrigens zum Meistersprinzip First Come, First Serve. Das führt aber dazu, dass es dort dann zu größeren Flugverspätungen kommt als in Europa. Vergeben werden diese Slots von einer Behörde der staatlich organisierten Flughafenkoordination für jeweils ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr, oder wie man in Österreich sagt, drei Bundeskanzler. Im Normalfall muss ein Slot zu 80 Prozent der Zeit von der Fluglinie, die ihm besitzt, eingehalten werden. Sonst geht er im nächsten Jahr an die Konkurrenz. Das ist wie beim Fußball. Wenn Cristiano Ronaldo nicht mindestens 80 Prozent der Spiele tatsächlich spielen darf, wird er sich natürlich im nächsten Jahr einen anderen Verein suchen. Schuld an den vielen Leerflügen ist die EU. Also jedenfalls, wenn es nach dem Lufthansa-Chef Carsten Spohr geht. Die EU-Kommission legt nämlich fest, in welchem prozentuellen Ausmaß ein Slot eingehalten werden muss, damit er nicht verloren geht. Die EU wiederum kontert, dass zu Pandemiebeginn ja die vorgeschriebene Slot-Nutzung von 80 Prozent auf 0 Prozent zurückgesetzt worden ist. Nach dem ersten Corona-Jahr hat die Kommission dann die Prozentzahl auf 50 Prozent festgelegt. Gut, auch im zweiten Corona-Jahr ist niemand irgendwo hingeflogen. Jetzt einmal außer, ja, britische Skilehrer nach Tirol und natürlich Leo Hellinger nach Südafrika. Aber jetzt, wo die Pandemie nicht mehr so schlimm ist, soll sich das wieder ändern. Dann Pessimisten sagen weiterhin, die Flieger werden halb leer sein. Aber Optimisten sagen schon jetzt, die Flieger sind gleich halb voll. Die EU ist da auf jeden Fall auch zuversichtlich, dass die Reiselust wieder steigen wird. Und ab kommendem Sonntag gibt es also den neuen Sommerflugplan. Und für diesen hat die EU beschlossen, die Nutzungsquote pro Slot wieder auf 64 Prozent zu erhöhen. Laut dem verkehrspolitischen Sprecher der Europäischen Volkspartei im EU-Parlament ist die Absicht dieser Entscheidung, den regelmäßigen Flugbetrieb wieder zu gewährleisten. Und auch den Wettbewerb zwischen den Fluglinien zu stärken. Aber Klimaüberlegungen haben bei der Entscheidung vermutlich nur eine nachrangige Rolle gespielt. Hingegen sieht der Luftfahrtexperte Hans-Martin Niemeyer die Schuld, aber nicht nur bei der EU, sondern auch bei den Airlines selbst, wie zum Beispiel der Lufthansa. Sein Lösungsvorschlag wäre, dass Fluglinien untereinander mit Slots handeln. Wenn es einen geregelten, transparenten Markt gibt, kann eine Fluggesellschaft einen Slot, den sie gerade nicht braucht, abgeben. Sie braucht keine Angst zu haben, nicht auch wieder an einen gleichwertigen Slot heranzukommen. Klingt gut, ne? Gibt es noch andere Lösungsvorschläge? Na gut, also wenn man unsere Bundesregierung fragen würde, würden die nach dem großen Erfolg der Inflotterie wahrscheinlich die Slot-Lotterie durchführen. Die Praxis sieht aber jedenfalls derzeit so aus, dass etablierte Fluggesellschaften überhaupt keine Lust haben, irgendetwas zu ändern. In Deutschland zum Beispiel sind in den letzten Jahren nur rund ein Promille aller Slots getauscht worden. Die Devise bleibt, bevor die Konkurrenz auch nur einen Flug von uns bekommt, geben wir die Schuld lieber der EU und machen unsere Leerflüge. Das Thema dreht sich also im Kreis wie ein Flugzeug, das auf seine Landung wartet. Ja, hier spricht noch einmal Ihr Kapitän. Ich möchte mich bedanken, dass Sie mich auf meinem heutigen Leerflug begleitet haben. Wir werden in Kürze landen und zwar am Boden der Realität. Möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass es ein durchaus harter Aufprall wird, bleiben Sie dann so lange angeschnallt, bis wir unsere endgültigen Klimaziele erreicht haben. Das könnte durchaus etwas dauern. Was soll man da sagen? Fahren Sie auch regelmäßig mit dem Fahrrad? Drehen die Heizung nur auf, wenn Sie die wirklich brauchen und überlegen, sich beim nächsten Mal ein E-Auto zu kaufen? Ja, aber solange jeden Winter 100.000 leere Flugzeuge quer über Europa fliegen, fällt es halt auch nicht immer leicht, die Motivation aufrechtzuerhalten. Das war schön, wenn Sie von Herrn demiheisen wollen. Über白es Ich bin ihr? Ja! Untertitel sind dieultur auch. Vielen Dank.